Wir kommen zu Kampf Nummer 7, es ist ein Kampf um das nahe Müllgebiet. Hier stehen sich die Gemüse. Womba Box Club Essen steht in der rohen Ecke, Oma Soto. Mein Gegner aus Oberhausen, Tom Maluteli. Referee ist Erich Strieke. Ring 2 Runde 1. Auf ganze Türen sitze ich inssa. знать. Komm mit Tür an, kommt mit Tür an. Hebt! Komm mal, ist der Chef? Guck mal! Sehr gut! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Mach den Plan! Guck mal! Komm mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! two Habits Das ist der Tat dicho! Mannmannmann Bleib da, bleib da, bleib da. Bleib da, bleib da. Komm, der kann noch eins schreien. Komm, der kann noch eins schreien. Zweier Hände. Zweier Hände. Zweier Hände. Bleib da, bleib da. Komm, ich steh mich da. Jetzt. Viel früher, viel früher. Komm, steh, steh, steh. Komm, wir haben. Komm, wir machen. Komm, wir haben zu, wir kommen. Mann, Mann! Zweier Hände an. Zweier Hände an. Zweier Hände an. Hänen Hände an. Herr Hände an. Herr Hände an. Hände an. Doppel. Komm, er ist hoch. Jetzt. Jetzt! Was nennt er? Jetzt! Ich bin bereit! Ich kann nur eigentlich ein bisschen mehr machen, nochmal. Komm, mach Werde! Komm! Arbeite! Ja! 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 Jetzt! Jetzt! Nee,ìn, Das ist der Boxer in der roten Ecke. Oma startet für den Boxclub Essen Steele. Er ist Student. Und dann 14 kämpften gewann er 11. 1915. 2014 und 2015 wurde der NHB Vizemeister. Heute wird er von Moor mit Jakobie. Der Moor wird es bei ihm im Ring und in der Kirche zurück. Links frei, Runde 2. Komm hierheran, komm hierheran. Ja, ja, ja! Ja, nee, nee! 1 2, komm, mehr hinten. Komm, mehr hinten! Steh! 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 Das macht er hier. Arbeit! Arbeit! Und jetzt macht er noch nichts. Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten! Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten! Arbeiten, 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 Ar Das ist die Gegend! Auge! 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 Komm mal, titelni, das ist der Boxer in der blauen Ecke. Der 19-jährige Gymnastiklehrer, er startet für den Klox-Klub in drei Oberhausen. Tom bestätigt bisher 25 Kämpfe, 18 gewann er. Er wurde auf der Internationalen Polnischen Meisterschaft 2014 erster. Bei den Männern legte er letztes Jahr auf der NRW-Meisterschaft hin zu durch den Platz. Der Klox-Klub ist ein sehr erfahrener Boxer und ein Schultz. Ring frei, rollen drei! Weh, rollen drei! Komm' rein! Komm' rein! Komm', komm, komm'! Komm, komm an! Da mehr! PADRO! Und noch einmal... Komm noch einmal! Ich mach kurz für mich. Komm schon! Ja, zu mehr. Frau Warnig, Reins aufstoht. Aufstoht! 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 Frau Warnig, Reins, aufstoht! 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 Auf geht's! So, das Ausziehen, das dauert noch ein wenig, da tun wir etwas für unsere Hände. Nochmal, euer Applaus für Kommt und Jö! Und hier das Urklang, der einer BV-Meister im Mittelgewicht, wie wohl Oma, so wie der Götter ist, der große Hände!